Wie ihr die erkennen könnt, ist heute der 29. Februar 2020. Sorry, ist an, jetzt ist es an. Also, 29. Februar 2020. Wir haben hier ein Hygiene-Desinfektions-Spey von Vibasept. Produktionsdatum ist, wie ihr hier nicht schwer erkennen könnt, 9.17. Das heißt, 2017 wurde es September 2017. Jetzt haltet euch mal alle fest. Zur Desinfektion von kleinen Flächen und Inventaren wirksam gegen Viren, wie zum Beispiel. Lest mal bitte das Erste, was da steht. Coronavirus. Und jetzt kommt die Welt und will uns sagen, dass wir aufpassen sollen. Und jeder macht Hamster-Einkäufe und dreht durch und kauft jeden Mundschutz, jedes Desinfektions-Spey. Leute, das ist so harmlos wie eine Grippe. Übertreibt es nicht. Hier, das ist ein Aldi-Produkt. Ein Aldi-Produkt. Also Amerika. Wir haben es gegen Mittel gegen Corona. Entweder nimmst du das Corona oder nimmst du das hier. thế klingt. Amen. Ja